Wir wissen mehr über den Mond als über dieses Tier. Eishaihe könnten 272 bis 512 Jahre alt werden. So alt wie kein anderes Wirbeltier auf diesem Planeten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Tier, das rein theoretisch den 30-jährigen Krieg, die Französische Revolution und den Sonnenaufgang von heute Morgen miterlebt hat. Wie werden sie so alt? Eishaihe leben in Slow-Motion. Fast alle ihre Körperfunktionen laufen sehr langsam. Trotzdem sind sie in der Lage, Rom zu fangen. Wie sie das schaffen, ist wie vieles andere über die Eishaihe unbekannt. Ich bin schon mit Eishaihen getaucht und will immer noch mehr über diese mysteriösen Tiere herausfinden. Begleite mich bei meinen Erlebnissen ab dem 4. März in der ARD Mediathek.